Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Unturned hier mit mir Count Muku Just Crafting und Play Sorable es geht weiter hier in unserem Zombie Action Game Mal schauen ob wir uns etwas besser schlagen Übrigens bis zum Ende der Brücke Rennen kriegen wir einen Erfolg Hab ich schon Oh ich hab den auch schon Äh Achtung Zombies Ne warte geh da mal weg BAM Ihr habt ne Schroffeld übersehen und Wutenschild Was? Wo? In den Autos liegen Sachen drin Ja sollte man schon noch wissen aber gut jetzt hast du wahrscheinlich schon alles geplündert Äh nö Okay ich bin schon bei jeweils 40% nur so Was ist bei 40%? Gesundheit äh nicht Gesundheit ich meine äh den Hunger und Wasser also Durst Trinken könnte ich euch jetzt alle voll machen weil ich ein Cantin habe Okay weil ich hab nämlich 77% bei Trinken Kehr 49% Kommt mal alle zu mir Warte Rico hast du den Bogen? Hast den Bogen? Äh ja und Munition schon verschwendet legendär Kann ich den haben den Bogen? Hast du Munition zu? Ja ich hab Munition gefunden Okay warte kurz Äh hier den Bogen der Du wirst dafür was anderes So liegt Ich hab dir ne Schroffeld hingelegt Ah cool danke Musse dann äh die Bugshots einsammeln Und ich hab nen Travelpack gefunden cool das kann ich gebrauchen Gut ich kann wenigstens noch 2 von 4 Schuss So da ist So dann kommt mal zu mir Jupp ich komme Ok sind unterwegs Bin ich gerade so schade drauf zu verdursten Nicht wirklich Ne Steht nicht so Zu mir Hauptsache da unten ist noch ein Auto Was? Und noch ein Auto Im Wasser Aber kommen wir leider nicht runter tauchen kann man hier leider nicht Ne kann man leider nicht Das finde ich total schade aber auch nicht unbedingt notwendig Übrigens das ist uns vorhin auch gefallen Guck mal was hier unter der Brücke steht Was wo? Death is mad Alles auf dir jetzt Jo Nice So Justin dann Christus zuerst die Gentine Gut Dann lass mal rüberwachsen hier Dankeschön Dann wusste ich die einmal kurz aus auf der Liste Auf der Leiste meine ich Nicht auf der Liste So Ach der ist aber schon noch was drin praktisch Dann noch mal Und danach noch mal Und danach gibst du die einmal Rico und dann kriege ich die wieder Das wäre cool Dann könnt ihr euch nämlich was versorgen Einmal leer trinken Mhm Bei einer Cantine Rico kannst du immer am Wasser wieder auffüllen Ja ok Hier nimm So hier Oh es ist dunkel Ok und das in schnell flott rein oder Ja genau Ok Wo ist das denn das schöne Ding denn hier So einmal rechts klick Einmal rauf Ich habe gerade ein Screenshot gemacht Das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal Vielleicht als mein Thumbnail für den Online Modus nehmen Mit deinem Gesicht im Hintergrund Hooray Warte mal warte mal Mach jetzt noch eins Ach scheiße zu spät nochmal Perfekt Mega Screenshot So hast du dich Hast du 0% trinken Äh 58 noch Äh muss kurz noch schauen Mach so lange bis du voll hast Ja du musst die ganze Zeit zum Wasser gehen und wieder klicken Ich komm mal hier oben noch ein bisschen Immer hier zum Wasser und auffüllen Äh immer mit rechts klick oder Einfach so Äh mit links klick Links klick zum auffüllen Ja Ok Und dann musst du die wieder nehmen und dann ist sie voll und dann Immer wieder trinken Ok Ok Das wird etwas dauern So Du die einfach in die Schnellleiste rein Jo habe ich auch 10% noch Und auch wir sind Zombie gespawnt Und hat mich nicht gesehen Ok irgendwie wüsst dir das immer ab aber noch gut Ja ja macht ja So und jetzt füllst du die nochmal auf und gibst die mehr wieder Ok Äh ein Moment So hier auffüllen Dann sollte ich den droppen hier So und Drop Danke Danke auch So komm wir fahren jetzt zur Militärbase Meins das Krimi noch ein D-Part hin Ja wir haben noch 10 Minuten Versuchen können wir ja Oh hier ist gerade ein Worklight aufgetaucht und war das schon gerade da Egal So Auto sollte noch funktionieren Ja noch 4% Tank Ok Ja das sollte noch gehen wir sind ja schon fast da Mal schauen ob wir die Militärbase knacken So dann lass mal los fahren Und eine Menge Zombies über Karn hier Weeeeeee Los geht's Long time while Ich habe mich gerade im Offi sitzen weil ich meine es ist gar keine Bank Wie die Zombies einfach umfliegen Und alle Mann Alle Mann aussteigen Wow Und los geht's rein Sturmangriff So Licht aktiviert Und stürmen Achtung dort einen auf dem Boden Uh Ja das könnte jetzt ein bisschen hässlich werden Oh ja Frau Meisterin mir ein wenig lag hier What the f Gut dass du noch eine Schusswaffe hast Oh ja Hab ich noch mal Hab ich noch was mal in Bogen Das ist gar nicht mal so schlecht Nee ich verdammt ich hab keine Pfeile mehr Alle alle Oh hinter hier Oh 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 Ich denke immer hinter mir Ja das ist ein bisschen verwirrend aber tut mir leid Da macht man halt eben beide auf hinterm Ein Eh jo passt schon Oh oh Hier ist eine Giftspritze die kann nicht gebrochen Und eine Kentin Nice Ich höre hier irgendwo und Zombie Achtung Achtung Pass auf Okay down Okay Äh Wie viele Leben hast du noch? 70 Das reicht noch eine Weile Okay Dann nehme ich das mal viel Und wo ist die Giftspritze? Äh wo ist die? Hab ich die gar nicht eingesammelt? Öh? Ach die hab ich schon benutzt? Okay Was ist Pronyiety? Wieso hab ich die? Hab ich die? Hm Na ja Na ja Chamberlain PDP amination Keine Ahnung was es ist Ah no no das ne Knarre Cool Nice Hab ich auch schon vorhin eins gefunden Aber ich kanns äh benutzen nur so Zum sagen Hier in dem Hangar stehen übrigens zwei Militärautos ne? Eines raucht eines nicht So noch entsichern Oh ich hab Stacheldraht gefunden Okay und was sollte das uns bringen groß? Ein wenig Sicherheit vor den Zombies Ja ich hab ein Nachtsichtgerät gefunden Cool Nice Ja nur so falls ihr noch etwas zu essen habt Ich bin auf 62% oben Oh ich bin auf 75% sehe ich gerade so nen Scheiß Yeah jetzt hab ich Nachtsichtgerät Habe ich nicht mehr was zu essen ne? Äh kannst du mal sterben Zombie? Riko ich hab neuen Hut für dich Warte 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 kurz Warte 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 Ich hab neun Mut für dich Die hat ne Lampe Äh aufpassen hinter die Zombie Wo 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 Okay Okay ist down Wenn du den Helm benutzt hast du auch Licht Ah cool danke Kannst du mit N ein und ausschalten Äh ja Oh hier ist irgendeinem Mundzombi in der Nähe Ich hör' gerade Oh 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 Gott das macht sich gerät hier das Licht Aktiviert Hey der Munition vergelassen habe ich wurde das ist das was Oho Pass auf Interviert Wo ich wenn das Stürze Boah 50 Prozent Ich hab 440 Zum ist bei diesem Militär zu bis nitzen Manahen fast nix Weil die Schuße er sichere Westen haben Ja ich hab übrigens auch Hey Leute Ich habe wieder einen Geilen Back und kann nix equippen Oh Ach du Scheiße Aber wenn ich jetzt diskonnected dann sind wir auch disconnected ja genau dann würde ich sagen wir machen ganz kurz den Cut wir haben zwar noch fünf Minuten aber wir machen will schneiden das dann geht es an erlaubt uns kurz weil ich da noch etwas kurz ausrüsten will ja dann mach kurz schnell dann geht nicht so viel Zeit tut euch irgendwo sicher hin weil wegen den Zombies und so ein sehr gesammt der Kurs auslocken zu Riko kommt hier ja Korn hoch keine Sorge schau mal ob ich noch was zu essen habe vielleicht auch noch was reinste nachher aufpassen muss nachher aufpassen muss rückwärts die Leiter unterliegt das weiß ich bereits und dann sehen wir uns gleich nach dem Cut wieder bis gleich bis gleich das sind wir dann nach dem Cut hey ho und wir machen ganz schnell wieder weiter und ich esse noch kurz was oh wenn sich so monströs legen würde so Schokolade vor geht ich glaube ich sterbe gleich äh brauchst du Hilfe äh ne ja doch eigentlich schon äh sind hier noch Zombies glaubt nicht weil ich glaube dass ich nicht jeden Angriff abwehren kann oh da hinten liegt was äh hinlegen vertical grip hab die die Häuser hier auch schon alle untersucht äh sind jetzt sowieso wieder neu gespawnt ahhh ein Wunder ist geschehen was ich hab MRE gefunden oh ach so ein Zombie oh das war knapp ich nehm mal kurz die Falle Moment und jetzt achte mal was ich mach warte bis der nächste Zombie angelaufen kommt achte jetzt genau was ich mach ihr müsst mir mal helfen hier komm ich kann mir noch nix equippen ach du scheiße äh Achtung hier Zombies von der Seite verdammt Kugeln nützen hier echt nichts ich glaub die Kugeln kannst du hier sparen na wenigstens ist der Zombie down da hinten liegt was hier ist noch eine Lagerhalle oh ich hab Balls gefunden nehm ich mit oh da hinten liegt noch was was ist denn das hier achten wir hinter mir sind zwei Zombies wow wow oh scheiße scheiße wir haben grad hier echte Probleme stammt und die Knarre nicht für nix egal komm 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 los hälfte kurz Achtung hinter dir dritten oh oh dort hat noch einen er geht auf die Kino sind tot oh pass auf ich hab dich jetzt gerade mit den Zombie verwechseln da dachte ich zu sein hinter dir stehen hab den selbst von hinten gekehlt gut das hat geholfen gut 60 Prozent wo wir schon nicht langsam aufpassen das ist echt so klar ob die Dauertürme schon untersucht oder weil vielleicht können sie noch was zu essen gehen da hab ich jetzt gerade die Moment vier ey da ist ein Zombie wo unter mir oder ne shit okay tot gut ich kann aufsammeln oder so aber einfach nix equipen das ist echt super das ist echt super okay dann müssen wir nachher mal die Aufnahme wirklich noch unterbrechen sind nur noch sind nur noch zwei Minuten die wir hätten schau mal vorhin noch auf dem vorderen Turm aber den Hauptjahrechen auch schon abgerast also nach dem Serverdiskollekt müsste eigentlich alles voll gelootet sein also voll sein dass wir wieder looten können also ein kurzes theoretisch noch mal nach oben gehen komm mit ah hier ist noch was hier ist ein Suppressor Sandpacks das ist ein Schalldämpfer braucht man nicht wirklich aber doch braucht man damit die Zombies nicht angelockt werden hier liegt ein Coyote Backpack in dem zweiten Haus in dem mittleren dann würde ich sagen dass der Rico das nennt wenn du nix dagegen hast gut ich bräuchte eigentlich mehr was zu essen wäre wichtiger jetzt habe ich kein MME mehr das ist scheiße und ach scheiß drauf ich kann ihn auch nicht alle äh wie sie kommen hier nicht weg von der Leiter okay jetzt so der Coyote Backpack ist nämlich ich glaube ich ein bisschen größer als der Trailer ist größer als der Trailer ist größer als der Trailer und Kelerkos noch lässt den man in jährlichen Tätigkeiten Laser gefunden eine Minute war es sowieso immer und sortiert wie sonst nix so das Gefühl leckt schon wieder ein bisschen mehr auch einfach in der Aufnahme wird einigermaßen sein nur die Regenwohnung zum bieb auch dafür auch heute haben die Kreise aus dem Kreis aber der läuft fröhlich in die Gegend rum macht nichts ich schelle einfach hier auf dem Tor ich dort mache eben was ach so Mist Achtung, Blick oder kommt ein Zombie ah, da ach, ich sehe schon ich komme aus Fützer gesprungen auf dem Kopf ziehen jo, hab schon gemacht das macht am besten Schaden oh, da laufen noch ein paar Zermis gegen die Wand, ich will die erschießen wie schön leise meine Schroplente jetzt ist Schroplente mit Schalldämpf ist irgendwie ein Widerspruch in sich, aber coole Sache auf jeden Fall ja so, ich würde sagen wir gehen jetzt hier alle oben auf den Tower hin du, und nächste Aufnahme mit 70% Hunger beginnen das wird lustig du standst übrigens auf einer Holographic-Site äh, ich hab, äh Anfang, äh seitdem wir hier sind hab ich vor der Militärbase sehr viel angepflanzt rund 30 bis ja, 20, 30 Pflanzen und das heißt wenn wir gleich das nächste Mal aufnehmen werden wird da dann auch, äh, wenn wir hier wieder etwas rumluten wird das dann wahrscheinlich auch schon wachsen hoff ich mal das ist gut weil, äh, es wird langsam dringend mit der Nahrung ja, wir sind jetzt schon bei fast 16 Minuten sogar ok, dann würde ich sagen ja gut, dann würde ich sagen wir sehen uns wieder zur nächsten Folge bis in der nächsten Folge man sieht sich tschau Leute tschüss bis in der nächsten Folge 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 Vielen Dank.